Judy R. hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, gibt es ein Tool, das die Musik automatisch leiser macht, wenn man im Video gerade spricht? Wenn ja, wie heißt diese Funktion und gibt es sie in jedem Schnittprogramm? Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wenn du überhaupt erstmal Musik suchst für deine Videos, dann habe ich das in meinem letzten Video besprochen. Jetzt haben wir aber die Musik und jetzt wollen wir zum Beispiel einen Vlog schneiden, wo wir jetzt zwischendrin jemand haben, der redet, dann ist es ja total schick und total professionell, wenn wir an der Stelle die Musik etwas leiser machen, nicht komplett weg machen und die danach wieder lauter wird. Wie kann man das machen? Es gibt ein Programm, was diese Funktion eigentlich am besten kann und das auch vollautomatisch und das ist Adobe Premiere Rush. Wir sind jetzt hier in Premiere Rush und ich habe hier erstmal irgendwas an Video, dann habe ich nochmal irgendwas an Video und hier in der Mitte habe ich etwas da redig. Und das Schöne ist, Premiere Rush hat das Ganze auch schon automatisch erkannt. Hier hat er so ein kleines Symbolchen von einem Menschen, der redet, hier hat er irgendwas von solchen Geräuschen und hier sagt er, das ist Musik. Das erkennt er in fast jedem Fall automatisch. Falls er es nicht erkennt, geht man einfach hier drauf, klickt auf dieses Logo, geht dann hier auf Erweitert und hier können wir wirklich einstellen, was für ein Typ das ist. Sprache, Musik oder andere. In dem Fall hat er allerdings alles schon richtig erkannt. Jetzt ist allerdings ganz wichtig, das macht er jetzt nicht ganz automatisch, jetzt ist erstmal noch die Hintergrundmusik super laut. Wenn wir jetzt allerdings hier rauf gehen und wir stellen diese automatische Ducking-Funktion an, dann macht er genau das, was wir wollen. Dann geht er hin und macht uns hier und wir sehen das hier schon ein bisschen während der Sprache. Nicht während dieser anderen Geräusche, sondern während der Sprache macht er uns das Video leiser. Und so haben wir jetzt den schönen Effekt, dass wir das Video erst laut haben. Und dann wird es automatisch leiser, hört sich perfekt an, der Ton ist schön da drüber von der Stimme, wir brauchen nichts mehr großartig machen. Und selbst wenn wir jetzt später noch das irgendwie wieder umschieben würden und es anders wäre, dann sehen wir auch, der lädt das direkt neu. Okay, der Anfang ist lauter, dann wird es an der richtigen Stelle leiser. Immer wenn wir sprechen, hätten wir jetzt mehrere Clips, wo wir sprechen, wird es auch immer wieder genau an den Stellen vollautomatisch leiser werden. Mehr zur Premiere Rush findest du übrigens in diesem Video von mir. Leider haben nur die wenigsten Schnittprogramme ein solches automatisches Feature. Die Musik leiser zu machen, währenddessen jemand spricht, geht allerdings trotzdem bei fast allen professionellen Programmen. Und zwar manuell mit sogenannten Keyframes. Ich möchte dir das hier einmal beispielshaft mit Shotcut und Premiere Pro zeigen. Wenn wir in Shotcut diesen Effekt erzielen möchten, dass es leiser wird, währenddessen ich spreche, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel den Clip, währenddessen wollen wir diese Musik leiser haben. Dann wählen wir die Musik aus und gehen auf Filter. Hier müssen wir einen Filter hinzufügen, der heißt Verstärkung und Lautstärke. Und hier können wir jetzt diese Keyframes setzen. Die Keyframes bieten uns die Möglichkeit, quasi feste Werte für die Lautstärke an bestimmten Zeitpunkten zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal vorher, da soll es gerade noch laut sein, setze einen solchen Keyframe und jetzt springt er direkt in dieses Schlüsselbilder-Menü. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück in die Zeitachse, gehe dahinter einmal und möchte jetzt natürlich, dass es da auch wieder laut ist. Das heißt, hier wechsle ich jetzt einfach mal den Pegel, stelle was anderes ein, dann erstellt er uns automatisch hier bei den Schlüsselbildern einen zweiten Keyframe. Ich setze den jetzt wieder zurück auf 0 und wir haben zwei Keyframes, zwei von diesen Schlüsselbildern, wie es hier heißt, die wirklich an genau den Stellen sind, wo es außen laut sein soll. Jetzt gehe ich kurz da rein, davor, hier zum Beispiel. Und hier kann ich das Ganze jetzt leiser machen, vielleicht nicht ganz so leise, aber so leise, dass ich halt noch drüber reden kann. Und dann kann ich hier hinten hingehen, den gleichen Wert nochmal einstellen, es auch wieder leiser machen. Also hier hatte ich irgendwie, ich glaube, 22 ungefähr. Dann haben wir es in dem Bereich leiser, davor und dahinter wird es lauter. Wenn wir jetzt in unsere Zeitachse reingehen und uns das mal angucken, sehen wir auch den gleichen Effekt. Es ist noch laut und dann wird das Ganze leise und ich kann drüber reden. Und wenn wir jetzt am Ende sind, ist es dann auch noch leise. Ich rede drüber und dann wird es wieder lauter danach. Wunderbar haben wir den Effekt. Und damit du wirklich ein paar verschiedene Vergleichsmethoden hast, hier das Ganze nochmal in Adobe Premiere. Hier funktioniert es eigentlich sehr, sehr ähnlich wie in Shotcut und wie in den meisten Videoschnittprogrammen. Auch hier haben wir die Möglichkeit Keyframes zu machen. Es ist hier nur ein klein wenig einfacher. Hier haben wir den gleichen Fall. Hier ist das, wo das Video kommt, wo ich rede. Da möchte ich die Musik leiser haben. Hier können wir hingehen und wenn wir hier unsere Musik auswählen, können wir in die Effekteinstellungen gehen. Hier haben wir schon diesen Lautstärke-Effekt. Und hier können wir einfach Keyframes hinzufügen. Hier gehen wir jetzt an diese Stelle zum Beispiel, fügen hier mit diesem Knopf einen solchen Keyframe hinzu. Gehen an die Stelle, fügen wieder ein Keyframe hinzu. Und das Schöne ist, hier haben wir sogar die Möglichkeit, Keyframes mit diesem Werkzeug einfach hinzuzufügen. Das heißt, wir können auch einfach hingehen und wirklich an irgendeine Stelle klicken. Und hier diese Linie, die erscheint, wenn wir dieses hier großziehen. Wenn er klein ist, erscheint er nicht die Linie. Aber wenn wir es groß machen, sehen wir die Linie. Können wir wirklich einfach hier uns quasi die Keyframes reinmalen. Denn hier können wir zwischen den Keyframes springen und das Ganze nochmal auf konkrete Werte bringen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel minus 20 machen möchte und bei dem anderen Keyframe dann nochmal auf diesen anderen Keyframe springe und hier auch minus 20 haben möchte, dann habe ich hier einen konstanten Wert. Und dann haben wir genau das Gleiche, was wir eben schon in Shotcut gesehen haben. Hier ist es laut, hier haben wir die Linie hoch, dann geht die Linie nach unten, es wird leise. Ich kann darüber reden und am Ende ist die Linie auch wieder leise. Ich rede und dann wird es danach wieder lauter und ich kann wieder, ja, man kann wieder Bilder darüber einblenden. Und die Musik ist genau in dem Bereich, wo ich darüber rede, so leise, dass man meine Stimme auch verstehen kann. So schaffst du es, dass die Musik leiser wird, währenddessen du im Video sprichst. Hast du selber noch Fragen, dann schreib sie mir unter diesem Video, unter dem Hashtag Wie geht YouTube. Falls du dich Premiere Rush interessiert, findest du hier das Video, wo ich das ausführlicher bespreche. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.